Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mad-Pack mit dem Daru und der Nancy und dem Mana Elementar. Hallelu. Hallelu. Du lässt dich auch von jedem ärgern, oder? Das ist das Schlimme auch. Du lässt dich von jedem ärgern? Mhm. Du. Mir hättest du ja nicht getan. Dann lasst dich alle von jedem ärgern. Das stimmt. Ich dachte, ich hatte eine Eisenspitzhacke, aber da habe ich nur Steinspitzhacken. Wahrscheinlich liegt die irgendwo in den Dungeon. Nein, 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 nein! Bist du dir ja ganz sicher? Das will ich nicht wissen. Das war's nicht. Nein, 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 nein. Ach Gott, trefft mich. Also ich habe jetzt schon einen Wehneiner meiner benutzt. Also es leckt auch überhaupt nicht. Wunderbar. Die Blöcke, die sich nicht abbauen lassen danach und so. Läuft alles bestens. Sehr gut. Ich muss jetzt bloß aufpassen, wo ich mich hingrab, weil ich höre schon, dass hier irgendwo... What the fuck? Das Spiel hat sich minimiert. Lass dir das nicht gefallen. Lass das gefälligst. Jemand hat grad Damage gekriegt. Ah, lol! Oh, auf damit! Gottes Willen! Was macht der da schon wieder? Der hat mich erschreckt. Der hat mich gedacht, what the fuck, was steht denn schon wieder hinter mir? Und er hinterher. Lass das jetzt, ich sehe dich genau. Oh Mann! Ich wollte mich ausgerechnet nicht nach unten graben, weil guck mal, was unter uns ist. Ja, Stein. Ja, und was ist unter dem Stein? Das ist Monsterstein. Weiß ich noch nicht. Ja, das ist ein Dungeon. Mach den jetzt ernst mit Raymeiner. Hier ist doch alles gut. Hast du eine Workbench? Ja. Die hängt hier irgendwo unter Luft. Hast du Holz? Ja. Mach der eine, warte. Was brauchst du? Ja. Ich entferne jetzt die Treppe und mach eine Leitreife hin. Warum? Weil die mit dem Sack geht, die scheiß Treppe. Das musst du erst mit uns absprechen. Ruhe. Ach scheiße, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Ich hab jetzt bloß vier Holz. Nein, hier über dir. Das machen wir Sticks. Erst hol ich gleich. Das brauch ich. Hast du Klein Nancy wieder gefunden? Eins, zwei... Hier, inna mal die drei Pickaxes. Oh nein, das lag schon wieder. Mal nur kurz. Okay, nimm sie nicht. Ich seh keine Pickaxes. Ja, weil ich die in der Zeit schon wieder aufgesammelt hab. Solange du drauf stehen würdest, würdest du sie auch einsammeln, auch wenn ich dann hebscht. Ehhh. Liegt Holz, Nancy. Ein Stück? Wow. Nicht so viel auf einmal. Kann mich doch gar nicht drauf klar. Ja. Warte mal, ich geh mal kurz hoch und hol immer noch bisschen Holz. Weil wir brauchen eh mehr Pickaxe, sonst geht das hier nicht weiter. Oh, hier ist, äh, wo irgendwas, wo wir auf jeden Fall noch nicht drin waren. Da wird's ganz viel von geben. Ja, ich merk schon. Egal wo wir uns hingraben, wir kommen immer in irgendein Dungeon. Unheimlich. Das ist immer noch derselbe Dungeon. Ja. Ich weiß. Was? Ich bin alt, ich schaff das nicht mehr. Mein Herz. Ich brauch jetzt erstmal Holz ohne Ende, damit wir dann einen Haufen Stormy Sex machen. Was macht unsere Prinzessin eigentlich oben hier? Ich arbeite. Als ob. Was machst du? Das muss ich jetzt erstmal wieder nachlesen. Ja, farmen. So. Gadgets. Shigo lügt auch oft. Boah. Deswegen muss man da mal nachgucken, ob die wirklich was macht. So. Voll gemacht, Shigo. Ich denke, ich hab jetzt genug Holz. Bin ich auch. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. So, was haben wir jetzt eigentlich immer an Zeugs alles hier gesammelt? Eisen. Das Eisen klitsch ist ja drin. Mhm. Wo bist du jetzt hin, Hallo? Ich muss weitermachen. Ich haue gerade von einem ganz, ganz fiesen Monster ab. Und hier oder was? Nee. So. Ist was zu essen? Ja. In der Essenskiste. Wo ist die? Da wo Essen draufsteht. Oh Gott. Wow, in der Essenskiste, was da wo Essens draufsteht. Mhm. Man glaubt es kaum. Total unerwartet. Ja. Glaub ich. Was hast du da für ein Item in der Hand? Eine Spitzhacke. Aus? Boss. Ja. Aus was? Boss. Powerwall. Weil ich noch nicht so viel Zeugs habe. Und weil ihr ständig euren Scheiß verliert. Und du bist doch sowieso nicht unterwegs. Ich war voll. Da knallt ich das immer alles rein. Aua! Hier, die sind für dich. Dankeschön. Nicht schon wieder. Was denn? Jetzt rein. Bist du vergiftet? Nein. Wir sind irgendwo ein Enderman. Was sagst du? Water Breathing. Warum? Waren Unterwasserbären. Ich weiß. Jetzt kann ich unter Wasser atmen. Warum sagst du nicht schon wieder? Weil du mich schon wieder schwängern wolltest. Nee. Hatte ich in dem Moment gar nicht gemacht. Ich glaub ich hab gerade eine Springbrunde ausgelöst. Das kommt von allein. Und runden. Klar. Doch ich brauch jetzt mal einen Diamanten hier. Verdammt nochmal. Ja, ich hab noch keinen einzigen verschissenen Diamanten gefunden. Jetzt im Ernst. Wir sind ja auch gar nicht auf der Höhe für Diamanten. Ja, ich weiß. Wir müssen aber mal runter irgendwie. Wie du. Ja, ich schon. Schee Gott ist in der anderen Zone noch gegangen. Ja. Oh. Wir sind schon weiter als mehr. Äh. Welche Höhe sind wir eigentlich? Also. Ich weiß, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin. Warte mal. F3. 35. Du Scheiße. Wir müssen weiter runter. Aber unter uns sind überall so Dungeons. Das ist doof. Ich hab ne Stelle gefunden, wo man wunderbar buddeln kann. Ich hab ne Stelle gefunden, wo man wunderbar buddeln kann. Weil die Blöcke da wechseln. Oh. Fairies. Ich hab Feen gefunden. Was machen Feen? Kann ich dir einsammeln? Weiß ich nicht. Kann ich dir was zaubern. Vielleicht kannst du damit fliegen mit Feenstaub. Yay. Spannend. Feenstaub. Geräte. Aber irgendwas müssen sie ja ähm haben. Kamotorch. Was? Mit Camouflage-Fackel. Ja. Okay. Die ganze Tarne. Oh shit. Alles gut. Man kann die Feen einsammeln. Es kommt der Zelda-Sound. Ehrlich? Ich hab grad gehört. Bisschen sind wir hier. Bisschen Feen. Ich hab ganz viele Feen gesammelt. Da kommen neue Feen. Die kommen immer wieder. Die kommen wirklich immer wieder. Die kommen wirklich immer wieder. Ich glaub, jetzt können wir uns nach unten buddeln. Jetzt hab ich was. Das sind die Womondokern wahrscheinlich. Ich muss gucken. Blauer Tompass. Ich hab blauer Tompass gefunden. Na endlich. Den mich auf jeden Fall mal weg. Damit ich nicht nach unten falle. Die Feen heilen einen. Das ist super. Und die spawnen immer wieder neu. Aber man kann halt sonst nichts mit dem machen. Das heißt, man muss irgendwie diesen Kasten sichern. Oh, so viele Silberfische. Schau's an. Ich hab jedenfalls schon mal nichts für mich bei so vielen Silberfischen. Oh! Doom, Creeper, ah, Twilight, oh! Oh, oh. Was für'n... Oh Gott! What the fuck? Was Lander von Beutekenn? Der Doom gemacht. Doom. Creep of Doom. Oh, ich hab blauen Tophers gefunden. Ich bin glücklich. Juhu. Jetzt können wir zaubern. Lightning Enderman ist bestimmt auch nicht schön. Nee. Nee. Der ist... Blitze und so. Der leuchtet. Nee, er sieht wohl schon aus. Oh! Oh! Aua! Du bist dann da näher, wo es so komische Geräusche sind. Nein, das reitet ein Babyskelett auf so ner Boss-Spinne. Okay. Hier wird jemand durchgelatscht. Warum tut das jemand? Du hast mal ganzen Ressourcen wegräumen in die Kiste. Krass, obwohl ich ne ganze Rüstung hatte, hat er mich mit drei Schüssen gekillt. Schöne ist, dass man hier schön mit Steinspitzhacken loslegen kann. So, was nehm ich denn jetzt am Besten? Ähm, äh... Sag ich denn nicht. Hast doch gar keine Ahnung, wovon ich rede. Hallo, falls du irgendwann mal wieder Farben willst und ne Kiste von mir gerade warern Steinspitzhacken. Versuch, mein Gear zurückzuholen. Mal wieder? Irgendwie machst du das doch jede Folge, oder? Ja. Ich trau mich auch mit Abstand am meisten. Du lässt es ja nochmal wiederholen müssen, weil das Babyskelett, was auf einer Boss-Spinne geritten hat, immer noch da ist. Du küsst's. Du küsst's. Aber das ist wieder an einer ganz gefährlichen Stelle. Okay, die machen das mit Absicht. Deswegen gehe ich da erstmal nicht hin. Und zwei. So, hier geht die Neppe runterwärts. Eiße. Was? Die Pale Spine. Das ist eine normale Spinne. Weil die ist schnell. Spinne auf Doom. Die ist sehr schnell. Okay, Faustkampf gegen die Spinne. Das werde ich nochmal schnell, aber dann kriege ich's. So was brauchen wir noch mal. Das steht am Spinne. Uranium? Ähm, oder brauche ich wahrscheinlich ein Eisen. What? Ja. Nennen Sie mir das Loch zu. Die können da raus. Das ist auch noch. Hilfe, ich muss weg. Was such ich denn jetzt? Ach, ein Buch. Buch, ein Buch. Ah, nein. Gott. Mal gucken, ob ich Eisen da habe. Das muss jetzt schmelzen. Ich brauche jetzt ganz dringend Eisen. Kann ich das Zeug nicht abbauen. Wir haben hier fast zwei Stacks Eisen. Also von daher sollte ja wohl kein Problem sein. Ja, ich weiß schon. Aber ich habe gleiches hier. Deswegen gehe ich jetzt nicht nochmal hoch. Denkt dran. Achso. Okay, schon. Na, ich. Feen, Feen, Feen. Der kommt her. Danke. Boss down. Boss down. Boss down. Also eine verzauberte Pickaxe-Mail. Eine richtig gute. Wie gehört ihr zu? Für immer. So. Ah, es ist schon wieder dunkel draußen. Oder? Ja. Komm immer nach Hause. Wir müssen schlafen. Ich muss los. Ich muss los. Immer gerne schieben. Soll ich mich mal kurz auslocken? Weil ich will jetzt nicht nochmal hochkommen. Nein, sowas machen wir nicht. Oh shit. Was denn? Und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du jetzt gekackt, oder was? Ja. Was? Oh scheiße, was kann man werfen? Nein. Wer macht denn sowas? Was hast denn du gemacht? Oh nein. Erzähl es uns doch jetzt mal. Ich habe Forstsachen. Und ich glaube, sobald ich Forstsachen habe, man mit irgendwas rechts klickt, dann kackt man eben. Hört sich nicht lecker an. Hört sich nicht lecker an. Nein. Das ist nicht schön. Was hast du hier alles gemacht? Oh Gott, was ist hier los? Oh nein, ich bin leer. Oh nein, ich bin leer. Was hab ich jetzt noch was? Hier. Wie geht's? Voll gemacht. Jetzt sterbe ich wegen dir. Schi, geh bitte erst du schon mal ins Bett legst. Nein. Es soll aufhören. Wartet ihr jetzt auf mich, oder was? Nein. Aber ich lege schon mal im Bett. Jetzt mach. Hopp. Ich geh nicht zu dir, solange du so stinkst. Jetzt komm her. Warte. Ach, das soll aufhören. Oh Mann ey. Äh. Hier ist alles voller Wasserüberschwemmung. Ach, das gibt's doch hier gar nicht. Es müssen doch alle rein. Dann muss Nancy immer kurz das Disconnect. Oder wir bleiben bei der Nacht. Oh Mann. Ja, ich find nicht mal nach Hause. Deswegen schlägt ich jetzt das Bett. Du hast ja Disconnected. Voll, das ist ein Monster. Voll, das ist ein Monster. Mann. Darf ihr schon? Können wir nicht Monster sind? Nein, geht nicht. Muss einloggen. Kannst nicht. Bing bong. Bin wieder zu Hause. Ach, Mann, das soll aufhören. Jetzt nervt's. Ja, ich hab jetzt die Schlitzschuhe. Toll. Harm. Uranium brauchen wir für was, Chico? Öhh, Atomkraftwerke. Aber erst mal nicht für mich. Wie qualityjes brauchen wir jetzt demnächst ein Atomkraftwerk. Warum nicht? Weil wir noch nicht genug Zeug dafür haben. Ja, aber man Stock muss trotzdem mitnehmen. Oder nicht? chili. Mann! Es soll aufhören! Es soll aufhören! Ruhen geht hier auf Doom. Du musst es zubauen. Jetzt ist aber gut. Oh, ich kriege einen Anfall. Ist der Part zu Ende, Leute? Ja, stimmt. Der Part ist vorbei. Shigo, du musst was machen. Dann geht's am nächsten Mal weiter. Ey! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!